Herzlich Willkommen! Mein Name ist Sabine Martir aus dem Hause Maria Gaworkus. Ich zeige Ihnen heute eine spezielle Gesichts-Yoga-Übung für straffes Technologie, Hals- und Gesichtskultur. Als erstes stehen Sie gerade wie eine Dänzerin, atmen tief ein und aus, dann formen Sie mit Ihrem Mund ein leichtes Lächeln und erzeugen einen Key-Lode. Umso lauter das He ist, umso effektiver ist diese Übung. Für mehr Tipps und Tricks für ein Jungbrunner in der Haut wenden Sie sich an das Beauty-Team in Ihrem Hotel und das ist eine spezielle Gesichts- und Tricks für ein Jungbrunner.